Die beste Offensive der Liga gebildet hat. Wieder wird es gefährlich, wieder ein Tor. Ja, aber das ist ja unglaublich. 4 zu 1 für Aarau gegen ein inferiores Luzerno. Und hier spielt nicht etwa Borussia Dortmund als Gegner von Luzern. Am Dienstag hier spielt der Aufsteiger in die Superliga. Mit Arthur Ionita gibt es einen vierten Aarauer Torschützen nach 35 Minuten. Und zum dritten Mal ein Runderball. Untertitelung des ZDF für funk, 2017